Jawohl, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. In Old Fresh. Gleich vom Fahrrad schön verschwitzt. Damit es auch gut aussieht. Und nach Arbeit. Ja, herrlichst. I don't need anyone to tell me when to stop or where to end. Wo waren wir? Letztes Mal haben wir über einen Song gesprochen. Der mir jetzt wieder entfallen ist. Perfect Harmony hattest du fälschlicherweise gesagt. Richtig. Der heißt aber Perfect Melody. Ja, haben wir durch. Ist gelaufen. Wurde alles gesagt, was zu sagen ist. Ich glaube auch. Und das heißt, auf zum nächsten. Und der da ist. Take Me Back To L.A. An Oldie But Goldie. Ein etwas älterer Song. Yes. Der ist jetzt schon 2012. Das haben wir neu schon gedacht. 2012, 2013. Ja, der ist schon. Genau. Der hat schon einige Jahre auf dem Kerbholz. Genau. Aber auch. Ist auch durch einige Veränderungen gegangen. Genau. Definitiv jetzt für die neuen Aufnahmen. Ja, ich würde auch sagen. Der gehört zu der Kategorie. Das haben wir ja auch mal angesprochen. In der ersten Folge. Dass einige Songs einfach so an Reife wie so ein Wein. So ein bisschen gereift sind. Haben so ein paar Veränderungen durchmachen müssen. Und wie ich finde zum Besseren hin. Und ja, für mich persönlich, der Song hat halt irgendwie immer, kommen Erinnerungen immer hoch für mich und so. Weil ich in den 90ern dann ja mal, ich war ja mal in L.A. und so durfte da ja mal studieren. Ja und so. Und so die Eindrücke und die Sehnsucht danach. Also ich habe halt nur gute Erinnerungen an dieses Jahr. Das ist einfach so. Ich habe keine schlechten Erinnerungen an dieses Jahr. Und das macht einen natürlich glücklich, wenn man daran denkt. Und zeitgleich aber auch so ein bisschen so, ach ja, war das noch schön. Keine Probleme. Also ein sehr persönlicher Song. Es ist ein persönlicher Song. Es war wirklich damals, ich hatte keine Probleme. War noch ein bisschen naiv. Aber so eine Naivität, so eine gesunde Naivität. Keine Angst. Ich mache das jetzt. So ich allein gegen die Welt. Ich fahre jetzt mal nach L.A. So weißt du, so der German Dude und so. War ja mit meinem guten Freund Till Markus. Ich grüße ihn sehr. Doktor. Till Markus. Haben wir ja zu zweit. Sind wir da einfach hin und wollten das machen. Und haben dann halt Gitarre Musik dort studiert. Und waren so die German Dudes. Und genau. Aber Lirum Larum. Diese Sehnsucht danach. Und so ein bisschen Melancholie ist da halt einfach auch drin in dem Song. Und nicht nur happy 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 geile Zeit gewesen. Sondern so retrospektiv einfach zu sagen. Ich denke da gerne dran. Mit einem lachenden, einem weinenden Auge. Und genau. Bin sehr stolz drauf. Finde das super. Und finde es auch gut, dass du und das auch Ralf. Dass ihr beide den Song am Ende jetzt auch das auch hört oder empfindet. Und dass es sich gelohnt hat an dem Song nochmal ein bisschen dran rumzuschrauben. Und den nochmal jetzt so vielleicht dahin zu bringen. Wo man vielleicht jetzt sagen kann, jetzt ist er angekommen. Ja, also ich fand den Song immer toll. Aber irgendwas hat mich halt immer gestört. Ja. Und bei Stören meine ich irgendwie war das Arrangement fand ich immer. Also der war halt fertig geschrieben. Und Melodie und alles stimmt. Und stimmte auch. Aber ich dachte halt immer irgendwie geht der nicht ab. Wir haben dann mal so eine komplett von 0 auf 100 Aufbauversion gehabt. Die auch schön war. Aber da musste man den Moment echt erwischen. Damit das dann funktioniert. Und dann gab es so andere Versionen. Wo ich dachte so ja. Und irgendwie durch Zufall dann halt jetzt. Keine Ahnung. Vor zwei Jahren oder so. Ja wahrscheinlich vor zwei Jahren ungefähr. Haben wir dann. Ups die Lampe attackiert mich hier. Ja. Haben wir dann die die richtige. Ja den richtigen Dreh für den Song gefunden. Ja. Aber das lustige ist. Jetzt bei den Lyrics jetzt bei dem Thema von dem Song. Also es ist halt sehr persönlich für dich. Aber ich für mich ist das halt auch immer so immer so eine Sehnsucht gewesen. Mal nach L.A. zu fliegen. Hat es das bewirkt? Ja. Ja. Also die Sehnsucht war immer da. Und ich habe halt immer so ein bisschen gedacht. Ey. Weißt du. Ihr wart ja beim GIT. Ich wäre auch gern mal zum PIT gegangen. Percussion Institute of Technology. Oder das heißt jetzt wahrscheinlich wieder anders. Aber da wäre ich halt gern hingegangen. Hätte dann gern Unterricht bei Joe Boccaro gehabt. Oder bei anderen Konsorten die da rum unterrichtet haben. Und hat sich aber leider für mich nie entgeben. Und aber auch so jetzt halt die ganzen, ja die ganzen Bands und auch die ganzen Songs, die ich so gut finde. Die haben halt alle irgendwie so eine Connection. Also halt so eine Verbindung zu L.A. Ja witzig. Und deswegen kann ich halt auch mit dem Text ziemlich viel anfangen. Ja schön. Es ist halt so ein bisschen so, ähm, ah hätte ich auch gern gemacht. So unter dem Motto. Ja das ist doch geil. Perfekt ey. Voll gut. Ja das finde ich gut. Weil klar, am Ende wäre es natürlich immer schön, wenn ein persönlicher Song am Ende dann auch trotzdem die anderen mitnimmt. Und dann so ein Bild kreiert, dass halt irgendwie, ne, dass man einen mitfahren lässt. Ja ja ja. Und das bewirbt der Song komplett. Ja ja total. Ja voll geil. Genau. Das war jetzt auch so die Atmung. Ich glaube auch da ist der Song, was den Groove angeht in allem, ist der jetzt mehr so in Richtung gechilltes Cabriolet fahren. So mit, mit, mit so, weißt du, ein Arm, ein Arm aus dem Fenster raus, so, weißt du, so der warme kalifornische Wind, so. Ja genau. Und ein bisschen, ach ja, wo fahren wir jetzt hin? Ja weiß ich auch nicht, lass uns mal treiben lassen und so, ne, mal gucken wo es hingeht. Solange der Sprit reicht. Genau, solange wie der Sprit reicht, fahren wir jetzt mal los. Genau und ich habe jetzt hier auch eine Akustikgitarre extra hier für this purpose, um mal eben zu rekapitulieren. Ich glaube, dass der Song im Ursprung auch einen ganz anderen Groove hatte. Der war im Ursprung, hatte der so ein, das ist jetzt eine andere Turnart hier als das. Mal frage ich, ich kann mich echt nicht dran erinnern. Es ging wirklich so. Take me back to L.A. Bisschen bekannt vorhin. Jetzt vorhin. Ja so ähnlich, so ungefähr war das. Also der Groove war recht, war ein bisschen, bisschen, ja, ein bisschen grober. Ich weiß gar nicht, was für ein Groove ist denn das jetzt hier. Ist auch scheißegal. So und jetzt sind wir aber eher bei so einem. Das ist ein bisschen fluffiger, ein bisschen. Also ich glaube, wir haben diese Balladesco-Vibes noch ein bisschen mehr rausgeholt. Obwohl es keine Ballade ist. Genau. 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 Vorher war das, hatte das so ein bisschen, wollte ein bisschen mehr rocken. Ja, genau. Aber der Song, der passt eigentlich, der Song wollte das eigentlich gar nicht. Der gab das eigentlich gar nicht her. So. Mich gefühlt. Und jetzt, jetzt haben wir den, bauen wir den bisschen, der fängt so ein bisschen ruhiger an und der wird dann halt ein bisschen aufgebaut. Ich kann den ja, wir hatten ja hier so als, unser Plan ist ja auch, dass wir die Sachen, die wir jetzt aufgenommen haben, im Rough-Mix auch ruhig mal oder wie auch immer anspielen. Kurz, kurz anspielen. Kurz anspielen. So als These. Dann werden die Leute mal so einen Vorgeschmack bekommen und vielleicht dann auch Lust haben, die Platte zu kaufen. Vielleicht sollten wir auch für die nächsten Folgen, dass wir auch so handhaben, dass wir den Song vielleicht relativ früh in der Folge anspielen und dann über den Song reden. Weil so, wenn man ihn nicht kennt, macht das, verstehst du? Können wir. Oder vielleicht ist Sorum gut. Das könnt ihr ja mal entscheiden. Also die Zuhörer, vielleicht gibt es ja keine Möglichkeit, das zu kommentieren. Ich habe das Gefühl, wenn man, jetzt könnte man natürlich, jetzt haben wir viel geschnackt, und jetzt, was ist es denn nun für ein Song? Ja gut, das kann man sich dann ja aber auch auf Spotify anhören, die alte Version. Wenn man so ein bisschen googelt und sich müde gibt, dann findet man das auch. Dann findet man das alles. Ich mache einfach mal hier mitten rein ins Vergnügen. Mach mal. Ich weiß nicht, wo ich hier lande jetzt, aber wir probieren das einfach mal. Ich meine hier. Ich bin hier. Dann kommen wir mal wieder. Inpro 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 Hat was von Cruising, Cruising. Ja, total. Also das, was du halt immer bei jedem Gig vorweg erzählst, dass du halt mit dem Mietradar vorweg, äh, äh, nicht vorweg, dass du da halt langgefahren bist. Genau, da schön in so einem Mietwagen und so. Genau. Das hört man jetzt. Das Autofahrfeeling. Das war halt so, dass ich dachte, so Freiheit, keine Sorgen, Autofahren, scheißegal, was das für ein Auto ist. Das war der letzte Kackwagen, so, weißt du, so. Aber das waren uns damals egal. Heute würde ich sagen, ich hätte auch mal Bock, ein anständiges Auto mit Stil zu fahren, wenn ich dann schon mal da bin oder so. Aber damals, wir hatten kein Geld. Das war aber auch alles egal, so. Und, ähm, weil das Gefühl war dasselbe. Ja, klar. Aber, äh, ja. Also, ja, aber da, da, da merkt man, dass, dass manchmal Songs noch nicht, ja, noch nicht wirklich fertig sind. Ja, ja, dass die ein bisschen brauchen. Man fragt sich ja jetzt, ob so bekannte Bands, ne, die ihre Songs ja in der Regel auch so schreiben, dass sie die, also, ne, die schreiben Songs und dann werden die aufgenommen. Das ist ja nun mal so der natürliche Weg, ist ja bei uns eigentlich auch so, ne. Das heißt, ein Song nach Jahren nochmal neu aufzunehmen, das wird ja ganz selten überhaupt gemacht, ne. Also manchmal merkt man bei den Bands, dass die live einen Song mal anders interpretieren und andere anders spielen oder so. Aber, aber wirklich mal ganz officially zu sagen, äh, und jetzt, ich meine jetzt nicht unplugged oder so. Ach so, okay. Ich meine halt einfach wirklich so, so ein Song einfach mal komplett neu denken oder, oder bestimmte Dinge, wo man, ob, ob es denen vielleicht auch so geht, dass sie halt bei ihren eigenen Songs denken, so, so nach ein paar Jahren denken, ach, das hätte ich jetzt, wenn ich die nochmal aufnehmen würde, würde ich das jetzt anders spielen, ne, oder anders singen oder so, ne. Ja, aber es ist auch immer gefährlich, ne. Also ich habe letztens lustigerweise so ein Interview mit Stuart Copeland von The Police, äh, Ja, Schlagzeuger, ne. Genau, dem Schlagzeuger, äh, gelesen und, äh, der meinte, erst nach den Aufnahmen wusste er, was er da spielt. Also im Sinne von, er hat das halt eingetrommelt und die ganzen Übergänge und so und das hat auch funktioniert für die Aufnahmen. Er meinte aber erst nach so ein paar Gigs hat er dann erst für sich die perfekten Übergänge zur Bridge oder zum Refrain oder zum C-Part halt für sich auserkoren. Und das war dann halt immer ein bisschen anders als das, was sie aufgenommen hatten. Und wenn man sich so die Sachen dann jetzt, es gibt eine unglaublich tolle, große Bibliothek jetzt auf YouTube, von den alten, von irgendwelchen alten Police-Konzerten. Und da kannst du dir echt die Songs, es ist jedes Mal anders fast. Also es war immer noch derselbe Song, man erkennt ihn, aber man merkt schon, da ist irgendwas anders. Und das ist halt, also jetzt für mich so, ist das natürlich super, weil man kann den Prozess halt hören und so und da kann man sagen so, ja, also so wie es aufgenommen ist, ist schon gut. Oder eher so, oh, ja, wäre das mal früher eingefallen. Genau, was man natürlich viel kriegt, ist auch so jetzt so, 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 so Demo-Versionen von bekannten Songs von den Bands, ne? Also so nicht die finale Aufnahme, sondern der Song, keine Ahnung, ein paar Tage, ein paar Wochen vorher schon aufgenommen, wie er da noch klang und so, ne? Also unproduziert und so, ne? Und, also so ein bisschen so Proberaum-Aufnahmen letzten Endes. Das gibt's ja jetzt auch von den Beatles und so, ne? Ja, von allen, die dann gestorben sind, kommt dann die ganzen Demo-Produktionen raus, wo ich dann manchmal denke, lass die mal, lass die mal im Tresor. Ja, okay, manchmal schon, aber was mich ja, was ich ja daran total geil und charmant finde, ist, dass man halt dann auch so hört, dass das am Ende ja doch nicht, das sind schon Götter auch, natürlich sind das Götter, aber keine, ja, klar, das ist alles auch sehr, die machen halt dann auch ihre Fehler und es ist im Prinzip ähnlich wie bei einem selbst, ne? Also der Prozess, einen Song zu schreiben und da auch erst mal so ein bisschen rumzudödeln, den Text so ein bisschen hier lulli-lulli-mäßig irgendwie zu haben, erst mal so als Working-Text, so und dann manchmal auch wirklich eher mittelmäßig auf der Gitarre gespielt oder auch getrommelt eher so ein bisschen, wo man denkt, hm, so richtig zusammen und richtig groovy, ist das alles noch nicht in the first place, so, ne? Das finde ich schon auch ganz charmant und ganz beruhigend zu hören auch, ne? Dass das nicht, weil ich hab zum Beispiel damals bei einigen Bands, hab ich immer gedacht, krass, man muss ja überlegen, Beispiel jetzt Mr. Big zum Beispiel, das war für mich damals so eine Band, jetzt, ne, alle kennen, die meisten kennen To Be With You und so, aber ich hab ja die Alben damals gehört und man weiß ja auch damals in der Zeit, auch Ende der 80er, Anfang der 90er, da wurde das ja alles nicht mit dem Computer aufgenommen, sondern es wurde mit dem Tonband aufgenommen und dieses Schneiden und ach, das schiebe ich mal eben gerade, wenn da irgendwas falsch ist und sowas, das lief ja damals nicht. Das heißt, die haben das ja damals so gespielt. Die mussten das ja mal einmal so perfekt eingespielt haben und ich hatte halt wirklich immer und es ist natürlich auch zu 90% der Fall bei der Band, aber was ich halt immer dachte und deswegen hab ich das auch so vergöttert, ich dachte, wie kann man so eine Scheiße so auf den Punkt dann spielen, so, ne? Also wie gut sind die zusammen? Wie gut passt das alles ineinander, so? Ohne irgendeinen kleinsten Fehler, ohne eine Sekunde nicht im Groove zu sein und so weiter und so fort. Ich glaub, das ist ja auch der große Unterschied zwischen heute und damals, also... Ja, ich glaub, solche Bands gibt es heute bestimmt noch, aber... Ja, auf alle Fälle. Aber es gibt halt auch ganz, ganz... Da wird überhaupt gar kein Wert mehr drauf gelegt, weil man bedient sich der Technik von heute, weil man es nicht muss. Man sagt halt einfach so, wir brauchen diese Dynamik dessen, dass die Band sich erst mal so richtig wund spielen muss und muss so richtig eingespielt sein. Genau. Scheiß doch drauf. Wir lassen die einzeln antanzen, die spielen einzeln das Ganze ein, dann schiebe ich das im Sequencer so zurecht, dass das passt dann schon. Du hast dich da verspielt, ach, ist nicht so schlimm. Copy und paste. Kopiere ich halt einfach copy, paste. In der ersten Strophe war der Ton richtig. Weißt du, all so Sachen, das haben die damals ja gar nicht gemacht. Und das muss man sich halt wirklich... Es gab damals schon auch Wege, Tonband zu schneiden und so weiter und so fort und darum zu schnibbeln und so. Ja, die haben auch mit Sound Replacements gearbeitet. Also, wie heißt der gute Mann? Mood Lang, der hat da ja auch, was Schlagzeug jetzt auch angeht, unglaublich Sachen erfunden, die heute Standard sind. Aber trotzdem, wir sind uns einig, die Band musste erst mal, so wie sie ist, so gut sie kann, zusammenspielen und groven. Groven, so, ja. Oder halt nicht groven. Es gab ja auch genügend erfolgreiche Bands. Da hast du dann ja auch gehört, es gibt manchmal Bands von damals, das ist Kraut und Rüben, so, ne, streng genommen. Aber es war deren Kraut und Rüben. Aber es war deren Kraut und Rüben und dann hatten die halt irgendwas anderes, was sie für den Moment irgendwie auch dann unique gemacht hat oder so. Oder sie haben sich halt Studiomoka geholt für irgendwelche Songs. Genau, das gab es halt auch, weil die konnten das dann halt und die haben es schnell gemacht. Das kostet natürlich nicht so viel Geld, weil die schnell waren. Genau. So, und das sind alles so Sachen, die spielen heute eigentlich gar keine Rolle mehr. Heute wird es einfach, seit zehn Jahren, würde ich sagen, oder seit zwanzig, vielleicht auch schon länger, zehn Jahren, bestimmt, zwanzig Jahre, wird das halt so gemacht, dass man halt einfach sagt, komm, wir holen uns die Leute, die möglichst schnell sind, zack, zack, die sofort das spielen. Ist alles auf den Punkt, muss man nicht lange, muss man nicht viele, braucht man nicht viele Takes, so. Und wir schieben uns das so zurecht, dass es am Ende hört keine Sau, ob das jetzt so ist. Es hört am Ende auch keine Sau. Die Frage ist nur, wären nicht einige Songs einfach am Ende doch vielleicht echt anders geworden, als sie jetzt so geworden wären. Weil es ist doch klar, ob eine Band etwas live im Studio, handgemacht, gleichzeitig in einem Raum stehend einspielt, so richtig geil auch, oder eben jeder Einzelne, der eine Dienstag, der eine Mittwoch, der andere Donnerstag so ungefähr, und jemand, der sich damit auskennt, als Engineer am Computer, kennt sich damit so gut aus, als der das alles so zurechtschiebt und zurechtschnibbelt, dass es am Ende alles geruft und alles passt. Ich würde mal behaupten, dass das Resultat am Ende ein anderes wäre. Naja, das haben wir ja selber durchlebt. Also ich meine, die erste Platte ist ja so entstanden. Da habe ich ja die Sachen in England in den Proberaum eingetrammelt, eingetrammelt, aufgenommen. Ja, genau. Und ihr habt euren Rest hier gemacht. Jeder Einzelne für sich und so. Und ab dem Zweiten haben wir alles, also zumindest was jetzt Bass, Schlagzeug und Gitarre, die Rhythm Tracks, haben wir ja alle immer zusammen gemacht. Und dann, man hört das auch. Und es ist lustig, wenn man dann, also zumindest geht mir das immer so, manchmal hört man dann die Einzelspuren und denkt so, uh, das ist aber, das groovt aber nicht irgendwie in sich. Und dann hört man das aber zusammen und denkt so, Alter, das ist eine Wand. Das ist eine totale Wand. Und das kann man jetzt auch mal in diesem Zusammenhang sagen. Wir haben, wir haben das ja auch beibehalten. Also ganz bewusst. Genau, auch bei diesem Album. Wir hätten ja jetzt auch sagen können, nee, mach mal du erst mal Tobi, wir begleiten dich so ein bisschen. Dann macht Ralf, dann mache ich, dann macht der und so weiter und so fort. Und wir haben, was die Basics angeht, also das heißt Bass, Schlagzeug, Rhythmus, Gitarre, muss man, kann man so sagen, haben wir so lange und so häufig gespielt zusammen im Studio. Bis mein Take richtig war. Ja, genau. Genau, aber, aber ich glaube, dass du, du würdest ja auch anders spielen. Auf alle Fälle, klar. Wenn die Live-Gitarre und der Live-Bass von Ralf, wenn wir nicht mitgespielt hätten gleich zu dem Zeitpunkt. Total. So, und es gibt halt, ich würde sagen, ich kann da besser reagieren und deswegen waren auch immer so diese Vocal-Spuren, diese Guide-Vocals auch immer wichtig, weil dann kann ich auch hören, okay, weißt du, dynamisch und so, dynamisch, kann ich da mehr spielen oder muss ich mich zurückhalten, was macht der Gesang da und kann mir halt dann meine Lücken, wo ich dann vielleicht irgendwas Verrücktes mir ausdenke oder auch nicht, mir dann suchen. so und dementsprechend auch mit Bass und Gitarre und vielleicht passiert ja auch, dass ihr dann auf andere Ideen kommt, weil gerade in dem Moment denkt man sich, ah, okay, also es ist auf jeden Fall eine Magie da, die wir ja auch spüren und haben, wenn man zu dritt, es gibt ja immer diesen Moment, wo man so richtig merkt, oh, wir groven gerade wie sauer. Ja, also das kann ich jetzt einfach mal so sagen, das sind so Momente, dafür mache ich den Scheiß ja auch. Genau. Wenn man halt wirklich so zusammenspielt und denkt gerade so, oh ja, es gibt ja manchmal auch live, hast du ja auch, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass einige Songs, weil ja auch immer ein bisschen Improvisation dabei ist, also wir lassen uns ja manchmal auch ein bisschen gehen und wenn es mit mir durchbrennt, dann spiele ich ein Solo einfach mal auch mal wirklich dreimal so lang, als wie es geplant war. Und das ist, manchmal ist der eine Song bei dem einen Gig nicht so getroffen, sagt man so, okay, da haben wir schon mal bessere, ist okay, solides Mittelmaß, so, aber dann gibt es einen anderen Song oder andere Dinger, wo man einfach gemerkt, während man das spielt, merkt man schon, das ist hier jetzt heute eine richtig geile Version, also wir haben wir jetzt gerade so richtig getroffen, den Nerv. Ja, es ist halt immer anders. Genau, es ist jedes Mal ein bisschen anders. Es ist immer anders und es ist halt, natürlich, wir haben halt auch die Freiheit, weil wir keine, keine Backing-Tracks haben oder zum Klick spielen oder so. Ja, wir spielen alles noch live. Zieht euch das mal rein. Und ja, mal gucken, wie lange noch, aber, ja, aber das ist halt, es macht schon viel aus, weil wir haben halt dann auch in diesem Trio-Konzept natürlich auch viel mehr Freiraum, den wir aber auch füllen müssen. Ja, na klar. weil da, sobald da was rausfällt, ein Sechzehntel, dann hört man das. Es wird auch spannend, weil wir merken ja jetzt bei den neuen Aufnahmen auch, dass da andere Instrumente, haben wir darüber gesprochen, auch schon in der ersten Folge, dass wir jetzt Keyboards dabei haben, also Orgeln, Klavier und so weiter, wir haben Streicher dabei und da haben wir uns jetzt auch ganz bewusst entschieden, dass wir jetzt nicht versuchen, uns so in dem Sinne treu zu bleiben, dass wir nur das aufnehmen wollen, was wir auch im Begriff sind, zu dritt live zu reproduzieren, sondern wir haben gesagt, nein, scheiß drauf, wir machen jetzt jeden Song so, dass wir das Gefühl haben, wenn der Song das vertragen kann, dann machen wir das so. Erstmal egal, wie wir das dann am Ende live regeln und machen, das sehen wir dann. Das ist ein Problem vielleicht oder auch kein Problem, was irgendwann vielleicht noch mal stellt. Das werden wir dann sehen, ob da vielleicht auch noch mal ein Musiker hinzukommen muss oder so. Aber ich... Erstmal auflegen, produzieren und dann in der zweiten Instanz gucken wir, wie wir das live auf die Bühne bringen. Ob wir überhaupt noch mal die Chance bekommen. 2022. Aber ey... 2022. Klopfer voll. 2022. Ich habe übrigens am 22.02.2022 Geburtstag. Halleluja. Geil, ne? Halleluja. Was soll ich da jetzt machen, Tobi? Eine fette Party, ne? Ja, auf alle Fälle. Aber ich plane das doch jetzt nicht alles und dann ist hier alles Essig auf einmal, verstehst du? Gut, dann müssen wir das via Zoom machen. Eine Zoom-Party. Zoom trinken. Wir wollen mal die Daumen drücken, dass das vielleicht sogar klappt. Ja gut, lass mal nicht drüber reden, weil... Gebringt Unglück, meinst du? Gebringt Unglück, genau. In dem Sinne, Leute, ich würde sagen, alles abgefunden. Das war zu... Genau, das war unser Statement zu Back to LA. Take me back to LA und wir schweifen immer gerne ab und landen dann bei einer anderen Thematik. Richtig. Aber so ist das halt. So ist das. Da müsst ihr jetzt durch und ja, wir hören und sehen uns in der nächsten Folge. Bis gleich. Make it good. Tschö.